Im Studio habe ich heute eine bezaubernde junge Kollegin von Viva bei mir zu Gast. Sie ist nicht nur wahnsinnig sympathisch, sie ist auch wahnsinnig wandlungsfähig. Ihre Frisuren sind wahre Kunstwerke, ihr Name ist irgendwie ein bisschen blumig. Ich begrüße ganz, ganz herzlich bei mir Eni van de Maiklokjes. Hallo, freue mich sehr, dass du da bist. Hi. Hallo. Dürfen wir gleich ein Geheimnis lüften, so am Anfang? Also Kollegen und ich, wir haben ganz heftig gerätselt, wie ist denn jetzt deine eigentliche, deine wirkliche Haarfarbe? Oder ist schon so lange her, dass du es gar nicht mehr weißt? Also es ist schon wahnsinnig lange her und meine Haare, da kann ich mich aber noch dran erinnern, die sind so kastanienbraun mit einem Rotstich, also eigentlich eine schöne Naturfarbe. Das ist aber keine Beweislock oder so mit dabei. Glaube ich dir jetzt aber so aufs Wort. Es existieren alte Fotos, da kann man das sehen. Okay, vielleicht reichen wir die noch nach. Auf jeden Fall ist da, glaube ich, sind deine Haare so ein bisschen ein Markenzeichen geworden, unter anderem auch in dem ein oder anderen Werbespot, in dem du schon mitgewirkt hast. Und einen haben wir mitgebracht. Wollen wir mal kurz reingucken? Ja. Okay.